Achso, du landest immer auf diesem Dings da drauf? Ja ja, und dann warte ich miteinander. Achso, das ist natürlich schlau. Seit dem Update. Oh. Ach, ja. Komm, wir gehen einfach weg, scheiß auf. Ja ja. 42.000 dieses Mal. Das gab es nicht, ich dir. Ich kann mir auch ein bisschen Drogen reinwarten und ein bisschen trainieren, dann wirst du auch rein. Was für Drogen? Du redest immer. Das stimmt. Du warst voll die Dinger immer rein. Drohne im Einsatz. Räum noch. Hier ist keiner, guck mal. Keiner da. Ich seh ihn da, da bin ich auch nicht. Was? Hä? Wer geht dir wieder auf den Sack? Oh, Junge. Deine Mutter, die geht mir am Sack wieder. Dein Vater, Junge. Hab der auch schon gesagt, die soll er sein lassen, aber die hört auch nicht damit auf. Übe? Zudem wir euch ging, du und dein Vater ist untert. Das ging am Sack. Was? Deutsch? Wir setzen euch gegenseitig ab. Ich bleibe ... Er hätte irgendwas mit runterholen verstanden. Aber mehr nicht. Er hat mir was auf der Gegenseitig. ja es war auch spaß wo sind jetzt meine kauf die drohne noch dann kaufe ich das noch und muni kiste wir sind hier ganz alleine hier ist gar keiner hier ist noch voll viel ne so gut ja ich ja das ist wirklich nervig also das ist einer dründe ich weiß aber nicht mehr kann er ja leider nicht sehen ja und dann du hast ihn und das ist echt nervig aber diese halbieren ja aber die ist halt 11 so blocken ist gerade wieder ein bisschen weg in ja ja mal höher ist das noch nicht den bückler sehr gut mach hier claymores grad hin wie viel platz hast denn noch ja eine sache können wir abnehmen da kann ich ja mal platten nehmen aber das problem war nicht als diese scheiß rucksäcke noch gab ja man konterdrohne verstanden das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt ist deine zone gelegt ha deine mama ist auch gelegt deine mama stinkt junger dein vater stinkt aller ja ich muss dir immer erst mal duschen schicken voll schlimm ey das ist dein vater mal nicht jetzt nicht sagen wirklich ich will ich mach dich weg ich mach dich weg mach dich schaff die die tage gesperrt heulich rum ja das ist mir geil trotzdem muss doch nicht sein die scheiße intelligenz zu tun und die du leider nicht besucht ja ich mach ganz andere sachen mit deiner mutter ja ich mach ganz andere sachen mit deiner mutter junge ich bring dir mal was vom leben sei das ist eine waffel das war auch alles jetzt in die sicherheitszone ja 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 trotzdem das ist auch scheiße ne ich kann ja auch weil du vor zwei sekunden noch gesagt hast du sollst dich anzeigen wegen hässlichkeit und so ne ja das war gut gemacht ehrlich mal schlafen hier habe ich auch schon gedacht die kleinen kinder hinkommen und ausrüstung wollen links und dafür mit deinen füßen weil weil als ich nach links und rechts bewegt hast da sind wir so in luft gegangen weil du hier zwischen der mauer lag wenn wir dieser alarm kommt dass die bomben kommen wo bist denn hinlaufen ich bleibe meiner wohnung ja ich weiß ach ja ich glaube das knallt hier so dass wir so in dieser rieche gehen ja kannst du doch gibt es doch kostet ein bisschen was ich meine so ein echt einfach so leute überfahren war voll geil kann das sein dass du irgendwelche psychischen probleme hast naja hab ich wegen deinem schreibt hier äh wie nennt man diese äh sdk und so bei mir gleich fbi open up tiktok sportlich also so ein schwachsinn tiktok sportlich wirklich als wenn tiktok das interessiert dass du das sagst ja das ist ja kompletter schwachsinn müssen doch irgendwo mal gegner sein ich glaube das ist nämlich auch der fehler den wir machen wir rennen einfach zu viel wir gucken manchmal nicht ich bin ich mache alles ach so und wenn krieg kommen wird ich werde amt führer von uns du wärst der erste sehr auf dem boden liegt glaube ich naja der erste der der beim weinen wäre ich sag ja ich werde tausend in meiner wohnung schlafen das ist ja wirklich so die sagen wenn alarm kommt wo bist du denn hin rennen ja weiß ich nicht mir in deutschland kommt ja vor allem du musst ja erst mal verstehen was der alarm bedeutet dazu du musst ja wissen was das heißt aber die haben was ja halt gut ist es halt das mit den handys das war halt die überall die wahnung drauf kommt das ist halt ja ich hab mir auch geschlafen wo die die waren also gemacht haben ja 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 das trägt also bei mir ist da so eine schule und die anstrengung auf dem dach aber ich hab das nicht gehört wo die fenster und so wenn ich einmal schlafen kann da kann die welt untergeht das mir ja ich war gerade bei einem amt und habe mit meiner dingster gesprochen da ist das am handy losgegangen und bei ihr auch ja ja bei mir aber ich habe das gar nicht mitbekommen wenn ich einmal schlafe oder kann ausgehen wie ich will großen gegner ich sag ja jetzt kommen gleich keine wir laufen die mitte unter ballern und alle sind sie von oben naja dann sind sie wieder überall am meisten morgen kommen erst viele dahin zu dir weil viele haben doch bist du kein auto oder zur schule also nein also ab morgen sollen 20 kinder also wir nennen die kinder weil für uns sind das halt kinder ich glaube nicht dass dafür dass alle kommen weil fährt ja nix aber ich muss halt ich muss ein bisschen früher losfahren so war das einzige wir machen die ganze zeit nur diese prüfung von 2000 irgendwas 2008 2009 und so und ich schneide ja echt gut ab also ich bei der bei dem ein letzten prüfungsbogen ich glaube 40 fragen da hatte ich vier davon falsch also ich kann zur prüfung gehen scheiße da aber die kisten auf als waren wir ja die türe war sie auch schon auf ich habe eine drohne gefunden immer gesagt du bist schlau ich weiß ne also wirklich welt welt jetzt mal ohne scheiß wir diese prüfung versaut der muss aber echt sehr 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 dumm sein der muss wirklich wohl sein wie kacke sollten jetzt rüber laufen anscheinend sind da keine gegner ne das ist ja ja hier sind welche ja da wurde auch keiner zurückgekauft alles für den peter ja das wäre schön das wäre ein ziel für mich das wäre ein traum am besten eine alte oma die 90 ist die kurz vorm steu die box schreien hier rum eine schöne oma die kurz vor 90 ist die kurz vorm tod ist und dann erben dennoch mal ein paar schöne jahre machen ja das wäre ein traum oder einer von den vier leuten bei mir im stream was passiert oder einer von den vier leuten in meinem stream schenkt mir einfach mal 10.000 universen das wird schon wieder ich bin doch schon da ja 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 ich hab auch irgendwie leider losgesagt ich glaube ich ich hab grad nur von dubai geträumt jetzt bin was abgelaufen so ja kann ich verstehen boah die die in dubai lassen die arschlöcher so lambo lambos und sowas einfach vergammelt auf dem shop platz und so eine scheiße interessiert ihn nicht wir haben geld ohne ende ja für die ist das scheiß egal komm hoch oder fliegen mal weiter also wir äh 30 jahre arbeit oder 70 jahre arbeit mit dem lambo machen die einfach vergammelt ist so also diese ganze information von instagram und so die gehen dahin und lassen das wegen steuern glaube ich ne nein die gehen dahin lassen das ja so ein paar sachen ach so nein ich dachte du meinst irgendwelche die da so ja aber ich glaub das sind auch steuern ja auch mit steuern ist auch gut ja ja da siehst du doch hier bei diesen äh ah wie heißt der ah der mit diesen äh ah wie heißt der fernverbotsstreitenrat oranze oranze ja orange branche ja 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 verbündete ausrüstungslieferung unterwegs er hat den ja angezeigt alter was er die wohnung auf dem ja ich weiß weil der seine ja ich weiß ich hab'n gekriegt ich hab's sogar noch das ist nur ein fern alter du bist ein öffentlicher äh ein öffentlicher mann dann bist du selber zurück wenn Leute wissen wo du wohnst gelitten alle hol weiter rum ich hab'n überholter Sohn wer jetzt ja dieser Tanzverbot geht der zum Rest einmal äh 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 ja ich versteh halt auch nicht so ganz ne der hat zwar recht casino ist scheiße aber was interessiert ihn das aber was interessiert ihn das das ist noch nicht sein bier äh äh das war geil wie die die scouts haben auf äh äh ja das hab ich gesehen Gamescom komm und dann ist aber von diesen einen äh rand um und ansatz ein Boxer gekommen und dann war es schon verduckst ja dieser von Breitenberg äh ist der M&A Kämpfer aber die Olle von denen war geil Lass dir in die Ruhe komm wir campen jetzt mal ein bisschen einfach hier campen ist egal Lass mir freund in die Ruhe äh 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 hat meine Waffe was hab ich denn für eine Waffe das ist nicht meine Waffe denn du hast kein Laser ja das fällt mir auch gerade auf ich hab da gar nichts dran äh äh weil ich hab mich gerade gewundert ich guck so auf dem Boden da muss noch ein Laser sein hab ich gedacht das ist gar nichts das ist auch eben weil sie sah auch du hattest sah auch grün aus ja 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 die ist schwarz einfach nur da hab ich eben die falsche aufgehoben das Gas kommt leer boah da ist hab die Haul schwarz dann verstehe ich das nicht ok ich hab noch ne Drohne aber ich würd die ungern jetzt benutzen ich würd die echt gerne gleich am Ende benutzen wir können uns hier wieder weiter komm wir gehen weiter hoch und campen weiter eigentlich springen oh von links bort geschossen aber ist egal wir krabbeln hier nach vorne komm wir krabbeln hier in die Zone rein ich bin guter Amt für also ich sehe im Kriege wenn wir gewinnen ich hoffe uns sieht keiner so weil wir sind jetzt in der Zone das Team hat die Sicherheitszone betreten das wäre nice was wäre richtig geil wenn das jetzt so klappt einfach kämpfen einfach kämpfen und dann schlafen geht ich hab schon wieder halb elf ne ja 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 so ja ja besser direkt neben uns aber es lebt doch krass viel und war ich habe noch die drohne ich mache die an wir laufen hier hinten rüber wir haben uns gesehen ja ja von links auch soja und jetzt von links bord ist der fonds irgendwo hier vor uns ich sehe den das oben links am berg egal geht zurück geht zurück hör auf mit dem zu schießen er ist egal der hund ich habe auch noch mörserschlag das gas nähert sich erreiche die neue sicherheitszone ja 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 weg ja ich verstecke mich im busch ja ja noch zwei noch zwei zwei leute ein team ich such die laser mach 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 oh der geht auf uns ich höre die husten nein nicht rauch ich sehe die nicht doch 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 der gibt einer jawohl